Hallo. Hi. Mein Name ist Mel. Mein Name ist Luan. Herzlich willkommen. Heute lernst du das M. Wiederhole. Nochmal. Das ist das große M. Das ist das kleine M. So schreibst du das M. Wie das Messer. Das ist ein Messer. Das ist eine Lampe. Die Lampe. Lampe. Messer. Lampe. Wiederhole. Messer. Nochmal. Lampe. Das ist lecker. Wow. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer.